Die Emilia Romagna ist eine Region in Norditalien mit 4.448.146 Einwohnern. Geografie Die Emilia Romagna liegt im nördlichen Mittelitalien und grenzt im Norden an den Po, an Venetin und die Lombardei, im Osten an die Adria. Im Süden hat sie Anteil am Apenen und grenzt an die Toskana, die Marken und die Republik San Marino im Westen an das Piemont und Ligurien. Name Der Ostteil des Gebietes Dioromagna, eine historische Landschaft Norditaliens, gehörte jahrhundertelang zum Kirchenstaat. Ihr Name rührt jedoch aus der Zeit der Herrschaft der Langobaden. Diese grenzten das römische Gebiet unter dem Namen Romania von ihrem eigenen Gebiet, der Langobadia, ab. Die westlich davon gelegene Emilia gliederte sich lange in die historischen Herzogtümer Parma und Modena, welche ein beständiger Zankapfel zwischen Habsburgern und Bourbonen waren. Der Name Emilia stammt von der antiken Römerstraße via A. Emilia, die hier ihren Namen auf eine ganze Region übertrug. Wichtige Städte Hauptstadt ist Bologna mit 374.425 Einwohnern, weitere Städte sind Modena 180.638 Einwohner, Parma 177.069 Regione Lemilia 167.013 Ravenna 149.084 Rimini 138.060 Faara 131.907 Forli 112.477 Pia Inza 99.340 Cesena 93.857 Geschichte Antike Unter der Verwaltungseinteilung des Augustus war das Gebiet der A. Emilia die achte Region Italiens. Der Name leitet sich von der Via A. Emilia ab, der römischen Straße, die das Gebiet zwischen Ariminium und Plasencia Richtung Nordwesten durchquert. Er kam schon zur Zeit martial als allgemein in Gebrauch. Das Gebiet um Ravenna wurde im Allgemeinen nicht als Teil der A. Emilia betrachtet, deren wichtigste Stadt Plasencia war. Im 4. Jahrhundert wurden A. Emilia und Liguria zu einer Provinz zusammengefasst. Danach stand die A. Emilia für sich, wobei Ravenna mehrmals zeitweise hinzugefügt wurde. Pepinsche Schenkung und Bildung von Kommunen In der byzantinischen Zeit wurde Ravenna Sitz des Ex-Eichrats von Ravenna. Die Langobarden bezeichneten dieses Gebiet als Romania, um es von dem von ihnen kontrollierten Gebiet, der Langobardier, zu unterscheiden. Nachdem die Langobarden zwei Jahrhunderte lang versucht hatten, das Gebiet von Ravenna, Bologna, Forli, Fenza, Rimini zu unterwerfen, nahm Pepin diese Städte von Aisdolf und gab sie zusammen mit der Mark Ancona 755 dem Papsttum. Unter dem Namen Romagna gehörte das Gebiet von da an zumindest nominell dem Kirchenstaat. Zunächst war jedoch der Erzbischof von Ravenna vorherrschend und die Romagna war auch weiterhin zwischen Papst und Kaiser umstritten. Die anderen wichtigen Städte der Emilia, Faara, Modena, Reggio, Parma, Piaenza, waren dagegen unabhängig. In der Zeit der Unabhängigkeit der italienischen Stadtstaaten hatte jede der großen Städte der Emilia ob in der Romagna oder nicht. Ihre eigene Geschichte, trotz der Fäden zwischen Gülfen und Kribellinnen erlebten sie eine Blüte. Der Einfluss des Kaisers bildete ein Gegengewicht zur päpstlichen Gewalt. Entwicklung der Romagna Nikolaus III bekam die Romagna 1278 mittels eines Konkordats mit Rudolf von Habsburg unter Kontrolle. Aber der Kirchenstaat zerfiel während der Avignon-Päpste beinahe und wurde nur durch die Bemühungen von Kardinal Albonutz aufrechterhalten. Einem Spanier, der 1353 von Innozenz wie Punkt nach Italien geschickt wurde. Dennoch kann man die päpstliche Oberherrschaft kaum mehr als nominell nennen. Dieser Status endete erst als Cesare Borcia, der natürliche Sohn von Alexander VI., die meisten der Fürsten der Romagna beseitigte, um eine eigene Dynastie zu begründen. Beim Tod Alexanders waren es seine Nachfolger im Papstamt, die Borgias Politik fortführten und von seinem Werk profitierten. Die Städte waren von da an dem Papsttum unterstellt und wurden von Legaten verwaltet. Entwicklung der verschiedenen Herzogtümer der Emilia, Faara und Comacchio verblieben beim Haus Este, bis sie nach dem Tod Alphonsos II. 1597 als Vakantelin von Papst Clemens VIII. beansprucht wurden. Modena und Rejo, die Teil des Herzogtums Faara gewesen waren, bildeten nun ein eigenes Herzogtum unter einem Nebenzweig des Hauses Este, der aus dem unehelichen Sohn Cesare von Alfonso I. hervorging. Capi und Mirandola waren kleine Fürstentümer. Capi ging 1525 auf das Haus Este über als Karl V. die Pio-Familie vertrieb. Mirandola wurde von der Familie Pico regiert. Bis sich Francesco Maria aus diesem Haus im spanischen Erbfolgekrieg auf die französische Seite stellte. Ihm wurde deshalb 1709 von Kaiser Josef das Herzogtum weggenommen, das 1710 an das Haus Este verkauft wurde. Parma und Piaenza standen zunächst unter der Herrschaft der Farnese, nachdem Papst Paul III. dort 1545 seinen natürlichen Sohn Pierluigi installiert hatte. Nachdem die Familie 1731 ausgestorben war, regierte dort ein sekundärer Zweig der spanischen Bourbonen. Von der französischen Revolution bis zur Gründung des Königreichs Italien. Von 1796 bis 1814 wurde die Emilia Romagna erst in die Italienische Republik, dann in das napoleonische Italienische Königreich eingegliedert. Nach 1815 gab es eine Rückkehr zum Status quo ante. Die Romagna fiel an den Kirchenstaat und seine kirchliche Regierung. Das Herzogtum Parma ging an Marie-Luise, die Gattin des abgesetzten Napoleon und Modena an den Erzherzog Franz von Österreich. Den Eben des letzten Este. In der Romagna und in Modena war die Regierung repressiv, willkürlich, korrupt und rückschrittlich, während in Parma die Dinge besser standen. 1821 gab es einen erfolglosen Versuch einer Revolte in der Emilia, der streng und brutal unterdrückt wurde. Die chronische Unzufriedenheit ging weiter und die Revolution von 1848 bis 1849 wurde abermals von österreichischen Truppen unterdrückt. 1859 war der Unabhängigkeitskampf schließlich erfolgreich und die Emilia ging fast widerstandslos im Königreich Italien auf. Von 1861 bis heute. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte in den Städten der Region die Industrialisierung ein und es entstand die Arbeiterbewegung. Während des Faschismus, vor allem in den Jahren 1943 bis 1945, war die Emilia Romagna, die auch Heimatregion Mussolinis ist, ein Zentrum des Widerstandes. Nach 1945 war sie eine der verlässlichen Hochburgen der Kommunistischen Partei Italiens. Die damaligen Spannungen zwischen traditionellen Autoritäten wie der Kirche und den Kommunisten wurden unter anderem in den Erzählungen über Don Camillo und Pepone verewigt. Mit dem Niedergang der Kommunistischen Partei und dem wirtschaftlichen Strukturwandel in den 1980er und 1990er Jahren änderte sich die regionale, politische Landschaft. Politisch dominiert heute der sozialdemokratische Partito Deme Critico Erdbeben 2012. Am Sonntagmorgen des 20. Mai 2012 erschütterte um 4.04 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 6.0 mit Epizentrum bei Camposanto Norditalien und verursachte große Schäden. Besonders betroffen waren die Provinzen Modena und Faara. Mehrere Menschen starben, einige Tausend wurden obdachlos. Es war das schwerste Beben seit 500 Jahren in der Region, die nicht zu den tektonisch stark gefährdeten Gegenden Italien zählt. Am Vormittag des 29. Mai folgte ein Erdbeben der Magnitude 5,8 in derselben Region mit Epizentrum bei Medola. Verwaltungsgliederung Zur Region Emilia Romagna gehören folgende acht Provinzen und eine Metropolitenstadt, Sprachen. Bedeutende regionale Mundarten sind das Emilianische und das Romagnol, welche oft zu einem Dialekt zusammengefasst werden. Diese werden den norditalienischen Dialekten zugerechnet, da sie nördlich der Linie La Spezia Rimini liegen. Schrift- und Amtssprache ist jedoch italienisch. Wirtschaft Die Region ist nach der Lombardei und dem A-Ostertal die drittwohlhabendste Italiens. Im Jahr 2006 lag das regionale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, bei 126,6% des Durchschnitts der EU-27. Die Emilia Romagna ist die Heimat der italienischen Sportwagenmarken Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso und Pagani. Der Motorradhersteller Ducati, Motomorini und Bimota sowie zahlreicher Automobil- und Motorradmuseen. Die Region bezeichnet sich deshalb selbst als Terradimotori. Die Comet SPA in Reggio Emilia ist einer der größten Pumpenhersteller weltweit. Außerdem werden Hochdruckreiniger und Industriesauger hergestellt. Im Raum von Modena wird der echte Balsamichüssig nach jahrhundertealter Tradition produziert. Die Provinzen Reggio Emilia und Parma sind das Zuhause des markenrechtlich geschützten Parmigiano-Reggiano, des echten Parmesan. In den Hügeln um Parma produziert man den Parmaschinken. Parma ist auch Hauptsitz des Lebensmittelkonzerns Barilla, eines der größten Pastaherstellers der Welt. Sassuolo, südlich von Modena, ist eines der weltgrößten Fliesenproduktionszentren mit über 40 Betrieben, die in alle Welt exportieren. Tourismus ist in der gesamten Region zu finden. Thermaltourismus in Salsu Maggiore, Therme im Westen und Riolo-Therme im Südosten der Region, Städte- und Kulturtourismus vor allem in Parma, Modena, Bologna, Ravna und Faara, Naturtourismus im Po-Delta und den Naturreservaten im Apennens, Badetourismus an der Adria-Küste, Sport. In der Emilia-Romagna befinden sich mehrere bekannte Rennstrecken. So liegt in Emole das Autodromo Enzo Edino Ferrari, auf der neben Motorrad-Grenz-Prie auch Formel-1-Läufe stattfinden. In Misano Atriatico befindet sich der Misano World Circuit, wie auf dem regelmäßig Motorrad- und Superbike-WM-Läufe ausgetragen werden. In dem kleinen Ort Fiorano Modenische in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammsitz in Maranello bei Modena betreibt Ferrari eine Testrennstrecke. Die Region ist außerdem Heimat einiger bekannter italienischer Fußballvereine, wie des FC Bologna oder des FC Parma. Sonstiges In Brestcellos, einem kleinen Dorf nahe dem Po, nördlich von Parma, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Filmreihe Don Camillo und Pepone gedreht. Heute erinnert ein kleines, aber sehenswertes Museum an diese beiden Figuren. Auch das Kreuz, zu dem Don Camillo stets redet, kann man noch in der Kirche sehen. Comacchio, nahe dem Po Delta, kann eine Brücke mit fünf Treppenaufgängen vorweisen. In dem kleinen Städtchen Pretebio, südlich von Forli, wurde Benito Mussolini geboren, er ist dort auch begraben. Das bekannteste Lied dieser Region ist Romagnamia, im Jahr 1954 von Secondo Casadei geschrieben. Er war einen Mythicum, der innen Sie leben.